Die Uhr tickt und die Zeit für Opportunity läuft ab. Seit dem heftigen Staubsturm im Sommer 2018 hat die NASA keinen Kontakt mehr zu ihrem Mars-Rover. Alle bisherigen Wiederbelebungsversuche sind gescheitert. Jetzt startet das NASA-Ingenieurs-Team einen letzten Rettungsversuch. Wie die Chancen für Opportunity wirklich stehen und welche Tricks die NASA jetzt noch auf Lager hat? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich neue, faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Das war wirklich ein Drama. Wochenlang tobte im Sommer 2018 ein heftiger Sandsturm auf dem Mars, laut NASA ein planetenumfassendes Staubereignis. Mitte Juni dann die Horrormeldung. Die NASA musste mitteilen, dass sie den Kontakt zu ihrem Rover Opportunity verloren hatte. Die Vermutung, der Sturm blockte das Sonnenlicht ab, dass die Solarzellen von Opportunity zur Energiegewinnung benötigen. Die Akkuladung war letztendlich so weit gefallen, dass sich der Rover selbstständig in einen Ruhemodus versetzt hatte. Tatsächlich eine ziemliche Tragödie. Denn der Mars-Rover ist der dienstälteste und damit zuverlässigste und fährt seit 15 Jahren über die Marsoberfläche. Und genau deswegen lässt die NASA seitdem nicht locker, um Opportunity doch noch wiederzubeleben. Dazu John Callas, er ist NASA-Projektmanager. Auch wenn wir bisher von ihm keine Antwort erhalten haben und die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal der Fall ist, von Tag zu Tag geringer wird, werden wir weiterhin jede logische Möglichkeit nutzen, um wieder Kontakt aufzunehmen. Mittlerweile sind es laut NASA mehr als 800 Wiederherstellungsbefehle, die an den Rover gesendet wurden. Jetzt startet die NASA einen allerletzten Versuch, Opportunity wieder zu reaktivieren. Konkret werden dazu neue Befehle genutzt, die die bislang eingesetzten Kommandos ergänzen. Mögliche Fehlfunktionen sollen dadurch behoben werden. Eines der insgesamt drei Kommandos befiehlt dem Rover, seine Borduhr neu einzustellen und auf das Ersatzmodul zu wechseln. Der zweite Befehl bezieht sich auf das zweite der drei möglichen Szenarien. Nämlich, dass das sogenannte X-Band, also die primäre Funkverbindung, nicht mehr funktioniert. Das letzte mögliche Szenario besteht daraus, dass sowohl das primäre als auch das sekundäre Radiomodul ausgefallen sein könnten. Doch läuft der Rettungsmannschaft der NASA die Zeit davon. Das große Problem ist der Südwinter auf dem Mars, der bald ansteht. Die damit verbundene Kälte und der Frost könnten Teile des Rovers zerstören, wenn vorher nicht mehr die Elektronik angeworfen werden kann. Nicht nur die Computersysteme, sondern auch die Leitungen und die Batterien könnten dann irreparabel beschädigt werden. Dazu Steven Skuiris von der Cornell University. Das Ende der Wind-Saison könnte daher das Ende für den Rover bedeuten und läuft die Zeit davon. Aktuell spielt der Wind auf dem Mars der NASA aber noch in die Hände. Denn im besten Fall könnte diese sogenannte Staubbeseitigungsjahreszeit dafür sorgen, dass Sand und Staub von den Solarpanelen des Rovers geweht werden. Darauf hatte nicht nur die NASA große Hoffnung gesetzt. Bislang ist dies jedoch nicht passiert, was dafür spricht, dass die Funkstille nicht unbedingt am Staub auf den Sonnensegeln und dem Energiemangel begründet ist. Denkbar ist zudem nämlich auch, dass die Funkstille an einem Ausfall der internen Uhr oder des Funksystems liegen könnte. Dem Rover droht somit im schlimmsten Fall dasselbe Schicksal wie dem Rover Spirit, der 2010 auf dem Mars eingefroren war. Doch egal wie es jetzt mit Opportunity weitergeht, er wird eines der erfolgreichsten Projekte der Planetenforschung bleiben. Denn Opportunity ist tatsächlich schon seit Ende 2004 auf dem roten Planeten unterwegs und hat die Ziele seiner Entwickler und Entwicklerinnen damit längst übertroffen. Ursprünglich war geplant, dass er lediglich 90 Tage lang den Planeten erkunden soll. Interessanter Fact, mittlerweile hat er in den 14 Jahren schon rund 45 Kilometer zurückgelegt. Mehr also als die Streckenlänge eines Marathons. Und die fünf spannendsten Fakten über die Milchstraße gibt es als Videopremiere hier auf dem englischen Klick-Zoom-Kanal The Five Most Exciting Facts About The Milky Way. Dafür hier klicken. Sehr, sehr spannend. Ansonsten bis dann. Bleibt dran. Bleibt dran.